Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 17. Februar 2022. Luigi hat diese Woche eine Autobiografie veröffentlicht. Der Titel des Buchs lautet schlicht und einfach Luigi. Luigi gab persönlich eine Autogrammstunde und sagte, jetzt kennt ihr alle Details über mich. Quellen zufolge sind diese Memoaren in Eigenveröffentlichung erschienen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Filmt ihr mit einer versteckten Kamera? Das war meine Idee. Sie haben sie zuerst umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hatice Kilebek-Chilek. Der 17. Februar war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.